Was treibt Sie denn auf die Inhalgenta? Also wir sind heute eingeladen worden uns mal zum Opening hier die Modenschau anzuschauen und das ist natürlich schon eine besondere Messe in München. Ich glaube es ist eine besondere Messe in Europa und wir interessieren uns auch immer mal für Schmuck. Okay das ist jetzt nicht unsere Preisklasse hier alles, ist schon sehr teuer und wertvoll, aber es war immer spannend anzugucken. Und Ihr Fazit von der Show? Ja die Show war großartig, also schon mit Liebe gemacht und toll präsentiert. Ich stelle mir das auch schwierig vor so Schmuckstücke zu präsentieren, weil das muss man immer so zeigen, hab ich noch was im Ohr und so und das ist ja bei der normalen Modenschau, das hat ja noch mehr Tempo und ist ja eigentlich viel schneller, aber so Schmuck zu zeigen, das haben die schon toll gemacht die Mädels. Und haben Sie für sich auch ein passendes Schmuckstück gefunden? Ich habe ein passendes Schmuckstück gefunden vor drei Jahren, es steht neben mir, mit dem ich verheiratet bin, aber hier habe ich noch nichts gefunden, ich konnte mich noch nicht umschauen. Und was steht bei euch beiden jetzt heute Abend noch an? Ja wir werden noch ein bisschen Party machen. Genau, auf die Abschlussparty und dann zu unseren Hunden nach Hause, die müssen wir nochmal Gasse führen heute. Das ist das Schöne, dass es früh losgegangen ist. Sehr schön, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß heute Abend. Vielen Dank, viel Erfolg noch auf der Messe. Danke, ciao.